Only bad news is good news Scheint der Leitspruch vieler aktueller Medien zu sein. Kyoto-Protokoll ausgelaufen, Stillstand in der Politik, wieder mal Stau auf der Autobahn. In den Schlagzeilen häufen sich die Probleme und keine Lösungen in Sicht. Aufgabe der Medien ist es, als demokratisches Korrektiv der Gesellschaft zu dienen. Können Sie diese Aufgabe mit dem bloßen Berichten über Probleme erfüllen? Da fehlt doch etwas. Was ist mit der anderen Seite der Geschichte? Sollen die Menschen nicht auch etwas über die Lösungswege, Schlussfolgerungen und gesellschaftlichen Alternativen erfahren? Aus diesen Fragen heraus hat sich der Solutions-Journalism oder der lösungsorientierte Journalismus entwickelt. Dieser konzentriert sich auf die andere Seite der Geschichte. Hier wird berichtet, wer welches Problem wo und wie zu lösen versucht oder schon gelöst hat. Geschichten vom Suchen und Finden von Lösungen sind spannend, wenn sie journalistisch seriös gemacht sind. Wenn sie von den Erfolgen, Durchbrüchen und Besonderheiten eines Projektes genauso berichten, wie von möglichen Hürden, Schwachstellen und Grenzen. Es wird nicht nur beleuchtet, wer was wo unternimmt, sondern auch, wie und ob diese Unternehmungen funktionieren und welche Auswirkungen sie haben. Aber lange nicht jeder Bericht, der irgendwie positiv klingt, genügt den Kriterien des lösungsorientierten Journalismus. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, keine Geschichten zu schreiben, die sich wie ein Helden-Epos lesen. Die vorgestellten Projekte sollen nicht als Allheilmittel verkauft werden, es soll auch keine Anwaltschaft für Projekte, Organisationen oder Individuen übernommen werden. Lösungsorientierter Journalismus ist nicht dazu da, einen Feel-Good-Vibe zu verbreiten. Herzerwärmende Wohlfühlgeschichten sind nicht Ziel eines Journalismus, der sich als Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft sieht. Lösungsorientierter Journalismus lässt sich auch nicht durch ein simples Anfügen von positiven Beispielen an ganz gewöhnliche Berichte erreichen. Die lösungsorientierte Perspektive dient als Ausgangspunkt für einen Artikel, nicht als dessen Anhängsel. Beim lösungsorientierten Journalismus ändern sich schon die Fragen, die gestellt werden, nicht nur die Antworten, die dann in den Medien präsentiert werden. Es gibt bereits Initiativen, die lösungsorientierten Journalismus betreiben, etwa das Solutions Journal oder die Internetplattform Douser. Hier können sich Interessierte bereits jetzt über Lösungen informieren. Doch was würde passieren, wenn diese Art des Journalismus Teil des medialen Alltags würde? Nehmen wir an, es wird in den Medien vermehrt über Reaktionen von Menschen auf verschiedene Probleme berichtet. Leserinnen würden mitgenommen auf eine Entdeckungsreise ins Land der gesellschaftlichen Alternativen und unkonventionellen Lösungsansätze. In unserer Welt, in der Urbanisierung vielfach als großes Problem gilt, könnten alternative Formen des Zusammenlebens in der Stadt ins Blickfeld rücken, zum Beispiel Food-Coops, Gemeinschaftsgärten oder auch nur Grätzelfeste. Wichtig ist es, den scheinbar allgemeingültigen Leitspruch, es gibt keine Alternative, auszuhebeln und sich mit anderen Handlungs- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Wäre dann nicht auch die eigene Motivation zu handeln eine ganz andere? Wäre dies nicht eine Form der Ermächtigung, die zur Demokratisierung und Partizipation beitragen könnte? Wenn der Journalismus seinen gesellschaftlichen Pflichten entsprechen, nachkommen und sie erfüllen soll, dann ist es an der Zeit, seine grundsätzlichen Funktionsweisen zu überdenken. Es gibt Alternativen zum Status Quo und über diese sollte auch berichtet werden. Vielen Dank für's Zuschauen.